Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Frau Wagenknecht, wir sind ja einiges von Ihnen gewohnt. Aber dass Sie jetzt die Europäische Kommission, den internationalen Währungsfonds und die EZB und ihre Arbeit in Griechenland als kriminelle Machenschaften bezeichnen, das ist eine neue Qualität. Ich habe den Eindruck, dass Ihre Kritik jedes Ziel und jedes Maß verloren hat. Ich weiß auch gar nicht, warum Sie so schimpfen. Ihre Fraktion hat doch vor zwei Wochen mit großer Mehrheit der Verlängerung des Programmes zugestimmt. Ihre ganze Rede eben war doch ein Abarbeiten an der Unzufriedenheit mit der Entscheidung Ihrer eigenen Fraktion. Meine Damen und Herren, wenn wir über Europa reden, dann will ich auch ein Wort zu den Bildern und zu den Nachrichten sagen, die uns gestern aus Frankfurt erreicht haben. Dass ausgerechnet jetzt so militant gegen die EZB demonstriert wird, die ja in den letzten Jahren doch ganz maßgeblich für die Stabilität in Europa gesorgt hat, die dazu beigetragen hat, dass Krisenländer nicht im Finanzchaos versinken, das ist für mich schwer verständlich. Aber jeder in Deutschland hat natürlich das Recht, friedlich zu demonstrieren. Das ist ein wichtiges Grundrecht, das wir immer verteidigen. Wenn aber einzelne oder einzelne Gruppen aus diesen Demonstrationen heraus Feuerwehrleute und Polizisten angreifen, dann ist das unerträglich. Und ich sage ganz klar, das sind für mich keine Demonstranten, das sind politische Kriminelle. Und ich hoffe sehr, dass sie für ihr Verhalten mit aller Konsequenz zur Rechenschaft gezogen werden. Meine Damen und Herren, auch wenn, wie es die Bundeskanzlerin gesagt hat, auf diesem Gipfel noch keine Lösung zu erwarten ist, müssen wir doch alles daran setzen, dass Griechenland doch noch einen Weg aus dieser Krise findet. Das wünsche ich Griechenland. Das wünsche ich aber auch uns. Denn eine erfolgreiche Entwicklung in Griechenland liegt in unserem ureigenen Interesse. Deutschland haftet für griechische Staatsanleihen mit rund 50 Milliarden Euro. Aber es steht nicht nur finanziell viel auf dem Spiel, sondern auch, weil ein Austritt Griechenlands aus der Eurozone enorme wirtschaftliche und soziale Verwerfungen in Griechenland zufolge hätte. Vor allem aber geht es um die Frage, ob Europa in dieser schwierigen Situation zusammenbleibt oder ob es auseinanderfällt. Denn wir müssen uns klarmachen, dass ein Ausscheiden Griechenlands aus der Eurozone ein dramatischer Akt wäre. Ein schwerer Rückschlag nicht nur für die Eurozone, sondern für die ganze Idee der Europäischen Union. Und es wäre mit Blick auf die Krisen in dieser Welt, auf die Krisenherde in Libyen, im Nahen Osten, in der Ukraine, ein schwer hinzunehmendes Zeichen von Schwäche für die Europäische Union, das wir überhaupt nicht gebrauchen können. Deshalb, meine Damen und Herren, hoffe ich sehr, dass auf dem Gipfel alle miteinander dafür arbeiten, dass die Probleme Griechenlands innerhalb der Eurozone gelöst werden können. Dabei muss man allerdings, und zwar entgegen aller links- oder rechtspopulistischen Propaganda, klar darauf hinweisen, diese Probleme hat nicht die Europäische Union, diese Probleme hat nicht die Eurozone und auch nicht die deutsche Bundesregierung verursacht, sondern das Schulden- und Finanzdesaster in Griechenland ist in erster Linie auf das jahrzehntelange Wirken korrupter politischer und ökonomischer Eliten zurückzuführen, meine Damen und Herren. Und auch nach nunmehr über fünfjährigen Reformbemühungen hat sich die Situation in Griechenland immer noch nicht grundlegend gebessert. Es gibt immer noch keine effiziente Staatsverwaltung und Justiz in Griechenland. Stattdessen hat das klientelistische System einen völlig überdimensionierten öffentlichen Dienstleistungssystem hervorgebracht, der zu einer Versorgungsanstalt für die Anhänger der regierenden Parteien degeneriert war. Selbstständige müssen sich in Griechenland mit einer irrsinnigen Bürokratie auseinandersetzen. Es gibt immer noch eine riesige Schattenwirtschaft mit Schwarzarbeit, Korruption und Steuerhinterziehung. Und vor allem den privilegierten und vermögenden, den oligarchischen Gruppen in diesem Lande, ist es immer wieder gelungen, sich der Besteuerung zu entziehen. Griechenland, meine Damen und Herren, ist nicht nur deshalb hoch verschuldet, weil es Probleme mit der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit hat, sondern vor allem deshalb, weil es kein intaktes Staatswesen und keine funktionierende Steuerverwaltung gibt. Griechenland ist auch deshalb ein armer Staat, weil es den privaten Reichtum nicht angemessen besteuert. Nur wenn diese Reformen ernsthaft in Angriff genommen werden, machen weitere Hilfen für Griechenland überhaupt erst einen Sinn. Und das ist der Grund dafür, meine Damen und Herren, dass wir darauf bestehen, dass die Fortsetzung des Programmes nur Zug um Zug gegen die dringend notwendigen Reformen es geben kann. Wir sind bereit zur Solidarität, aber Solidarität ist keine Einbahnstraße, meine Damen und Herren. Und wir müssen leider, da gebe ich Ihnen recht, Frau Wagenknecht, in diesem einen Punkt, wir müssen leider feststellen, dass trotz einzelner Fortschritte die alte Regierung diese Probleme nicht wirklich angepackt hat. Und wenn jetzt die neue Regierung ernsthaft das klientelistische System und die Korruption bekämpfen will und eine umfassende Staatsreform auf den Weg bringen will, dann verdient sie die Unterstützung von Deutschland und von Europa. Das ist doch gar keine Frage. Aber leider hat diese neue Regierung in den ersten zwei Wochen viel Vertrauen verspielt. Ich finde die zum Teil aggressive Tonlage mehr als befremdlich und die persönlichen Angriffe auf den Bundesfinanzminister Schäuble sind absolut unangemessen, meine Damen und Herren. Der griechische Finanzminister Varoufakis hat in den letzten Wochen so viele Vorschläge gemacht, dass ich jedenfalls nicht mehr weiß, wofür er steht. Ich finde es gut, dass die Bundeskanzlerin jetzt Lösungen mit Herrn Tsipras sucht, meine Damen und Herren. Und im Übrigen müssen wir aufpassen und verhindern, dass dies ein Konflikt zwischen Deutschland und Griechenland wird. Die Aufstellung ist doch nicht Deutschland gegen Griechenland, sondern es geht doch um Griechenland und Europa. So muss es doch richtig bleiben. Im Übrigen finde ich es deplatziert, die Verhandlungen über Hilfspakete mit der Forderung nach Reparationen zu vermischen. Es war gut und richtig, dass Bundespräsident Gauck bei seinem Staatsbesuch in Griechenland vor genau einem Jahr ein klares Bekenntnis zu unserer historischen Verantwortung abgelegt und die Angehörigen der Opfer in Griechenland um Verzeihung gebeten hat. Er hat aber auch die Forderungen nach Reparationszahlungen zurückgewiesen. Die Bundesregierung geht davon aus, dass alle Reparationsfragen einschließlich zwangsalein durch die 2 plus 4 Gespräche rechtlich abschließend geregelt sind. Ich teile diese rechtliche Beurteilung. Aber klar ist auch, die Verbrechen der nationalsozialistischen Besatzungsmacht haben kein Verfallsdatum. Dafür tragen wir Verantwortung, und zwar unabhängig davon, ob Reparationen gezahlt worden sind oder Ansprüche auf Reparationen bestehen, meine Damen und Herren. Zu dieser Verantwortung gehört auch, dass wir uns bemühen, die Spannungen zwischen Deutschland und Griechenland abzubauen. Viele deutsche Jugendliche wachsen mit einem völlig einseitigen Bild von Griechenland auf, das nur noch von der Schuldenkrise geprägt ist. Deshalb ist es eine sehr gute Initiative, über die Gründung eines deutsch-griechischen Jugendwerkes und die Stiftung Zukunft den Jugendaustausch zu fördern und Versöhnungsprojekte voranzubringen. Ich finde, wir sollten den deutsch-griechischen Dialog auch auf allen Ebenen intensivieren. Da ist zum Beispiel von Herrn Fuchtel gefördert worden, die Zusammenarbeit der Kommunen. Von den 5.500 Städtepartnerschaften, die es gibt, gibt es nur 29 zwischen deutschen und griechischen Städten. Ich finde, unsere Kommunen, die ein exzellentes Know-how haben im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge, und das muss ja nicht immer privatisiert werden. Wir können doch auch zeigen, wie Einrichtungen der kommunalen Daseinsvorsorge auf kommunaler Ebene hocheffizient organisiert und betrieben werden können. Und ich finde, wir sollten mehr Know-how-Transfer in dieser Art organisieren. Auch wenn die Verhandlungen in den nächsten Wochen mit Griechenland hart werden, müssen wir sie immer so führen, dass die Freundschaft zwischen Deutschland und Griechenland daran nicht zerbricht, meine Damen und Herren. Genau vor einem Jahr hat Russland die Halbinsel Krim besetzt und annektiert. Wladimir Putin hat das jetzt in aller Offenheit so begründet, bei den Massenprotesten in der Ukraine sei ein extremer Nationalismus erkennbar geworden. Und deshalb habe er die Menschen nicht allein lassen können. Man kann über die Proteste auf den Maidan denken, wie man will, aber unter keinen Umständen rechtfertigen sie die Besatzung und Annexion von fremden Staatsgebietes, meine Damen und Herren. Die Äußerungen Putins zeigen, dass er sich meilenweit von den Grundlagen der europäischen Friedensordnung, wie sie in der KSZE-Schlussakte niedergelegt worden ist, entfernt hat. Und trotzdem war es richtig, dass die Bundeskanzlerin und der Bundesaußenminister mit dem französischen Präsidenten die Verhandlungen in Minsk genutzt haben, um einen erneuten Waffenstillstand in der Ostukraine zu vereinbaren. Auch wenn die Einhaltung und Überwachung dieses Waffenstillstandes Schwierigkeiten bereitet, ist diese Vereinbarung doch der einzige Hoffnungsschimmer in diesem Konflikt seit Monaten. Und dafür, Frau Bundeskanzlerin und Herr Bundesaußenminister, möchte ich Ihnen auch persönlich ganz herzlich danken, dass Sie das so unermüdlich auf den Weg gebracht haben. Eine Rückkehr zur europäischen Friedensordnung ist ein langer Weg. Man setzt als ersten Schritt voraus, dass die Waffen schweigen, damit der Konflikt friedlich geregelt und ein politischer Verhandlungsprozess in Gang gesetzt werden kann. Deshalb brauchen wir Deeskalation. Und deshalb war es absolut richtig, dass die Bundesregierung sich eindeutig dagegen ausgesprochen hat, Waffen in die Ukraine zu liefern. Das würde den Konflikt nicht lösen, sondern ihn weiter intensivieren. Dieser Konflikt kann aber nicht mit militärischen, er kann nur mit politischen Mitteln gelöst werden. Und solange das nicht der Fall ist, müssen natürlich die Russland-Sanktionen bestehen bleiben. Alle Mitglieder in der Europäischen Union haben diesen Sanktionen zugestimmt. Und das zeigt, Europa handelt vereint und lässt sich nicht auseinander dividieren. Eine klare Haltung in dieser Frage schließt aber nicht aus, dass wir inmitten dieses ungelösten Konfliktes auch immer wieder deutlich machen, wir Deutschen wollen eine politisch stabile, eine wirtschaftlich vertiefte, eine freundschaftliche Beziehung zu Russland. Aber wir müssen diese Fragen klären, damit wir wieder näher zusammenkommen können, meine Damen und Herren. Angesichts der Ukraine-Krise und der vielen weiteren Konflikte ist es gut, dass wir in Deutschland, und das sehen die allermeisten Bürger so, dass wir in Deutschland eine handlungsfähige Regierung und eine stabile Koalition in diesem Bundestag haben, meine Damen und Herren. Aber das ist nicht nur außenpolitisch wichtig, sondern auch für die Entwicklung in diesem Land. Viel ist in den letzten Wochen über das Ende der Gemeinsamkeiten gesprochen worden. Und das ausgerechnet am Ende einer Woche, in der wir die Mietpreisbremse verabschiedet, die Frauenquote auf den Weg gebracht haben und uns über die Grundzüge eines 15 Milliarden Investitionsprogrammes geeinigt haben. Das hat mich doch ein bisschen gewundert. Die Opposition schöpft Hoffnung und fühlt sich im Aufwind. Aber, meine Damen und Herren, ich muss Sie enttäuschen, diese Koalition wird diesem Land auch in Zukunft eine gute Regierung stellen, meine Damen und Herren. Und wenn es zum Beispiel bei der Umsetzung des Mindestlohnes offene Fragen gibt, dann werden wir darüber reden. Aber, und dass eine Lohnänderung für 3,7 Millionen Menschen Zeit braucht und aufwendig ist, das wissen wir, und das wissen wir auch zu würdigen. Ich möchte mich bei allen Arbeitgebern bedanken, die in diesen Wochen den Mindestlohn umsetzen und die offenen Fragen mit dem Bundesarbeitsministerium klären. Aber wenn wir einen gesetzlichen Mindestlohn auf den Weg bringen, dann müssen wir auch sicherstellen, dass er nicht nur im Bundesgesetzblatt steht, sondern wir müssen auch sicherstellen, dass er tatsächlich an diese Menschen gezahlt wird. Meine Damen und Herren, wenn die Bundeskanzlerin heute nach Brüssel fährt, dann bringt sie zwei gute Botschaften mit. In Deutschland wird wieder mehr importiert und in Deutschland wird wieder mehr investiert. Und beides ist gut für Europa. Nicht nur der Mindestlohn, sondern auch die kräftigen Tarifabschlüsse haben dafür gesorgt, dass die Deutschen endlich wieder mehr Geld in der Tasche haben. Das stärkt die Binnenkonjunktur und es wird die Importe erhöhen. Und der Bundeshaushalt 2016, das ist jetzt schon klar, das wird ein Investitionshaushalt. 15 Milliarden Euro für öffentliche Infrastruktur und kommunale Investitionen werden in den nächsten Jahren zusätzlich bereitgestellt. Das ist auch ein wichtiger Beitrag, um den Unterschied zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen und die unterschiedliche Wirtschaftskraft zwischen den Kommunen auszugleichen. Und ich will an dieser Stelle auch sagen, wir werden die Kommunen bei der Flüchtlingsunterbringung nicht alleine lassen, meine Damen und Herren. Wir haben noch 190.000 nicht abschließend bearbeitete Asylanträge, Herr de Maizière. Und das ist unser gemeinsames Anliegen in dieser Koalition. Wir müssen auch vielleicht bei den Haushaltsberatungen darüber reden, wie wir das schneller in den Griff bekommen. Wir müssen diesen Stau abbauen. Aber mit Blick auf den anstehenden EU-Gipfel muss klar sein, die Flüchtlingsfrage muss nicht nur in Deutschland, sondern sie muss auch in Europa gelöst werden. Wir brauchen endlich ein Flüchtlingskonzept der Europäischen Union. Und wir brauchen eine faire Verteilung der Flüchtlinge in ganz Europa, meine Damen und Herren. Meine Bitte an Sie, Frau Bundeskanzlerin, ist, das in Europa ganz oben auf die Agenda zu setzen. Vielen Dank. Kathrin Jürgen Eckert ist die nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.